Alle Mapcodes in diesem Video findet ihr in der Videobeschreibung, haut rein, ciao. Hier seht ihr schon zwei Mörder-Maps, einmal Jerusalem-Mörder und einmal Expeditionsmörder, die anderen stelle ich euch da nochmal vor, wir gehen jetzt erstmal in die Jerusalem-Ding rein, so, wir starten erstmal komplett das Game, auf zellige Basis, hier seht ihr schon, ganz zellig, ich zum Beispiel bin jetzt, ähm, ich zum Beispiel bin jetzt sehr tief, das erkennt ihr an diesem Busch hier, was für eine hat, den kann ich auch anziehen, der Detektiv hat immer Büsche, so, und dann könnt ihr halt ganz zellig Mörder spielen, ihr spawnt halt dann, ähm, in der Luft mit allen Waffen, könnt ihr euch hier aufteilen, könnt ihr hier runtergehen, und, ja, der Mörder hat wahrscheinlich eine Liliane Charlie Pistol, jetzt sind wir auch schon in der zweiten Map angekommen, die heißt Expeditionsmörder, also auf jeden Fall, Top Nummero 4, Top 4, wir starten hier das Ganze, hier startet ihr, hier könnt ihr hier reingehen, ich bin jetzt gerade ein normaler Innocent, hier spielt das für Mörder, da kann man bla bla bla, dem ist auf jeden Fall richtig geil, ich kann euch das mal kurz im Schnelldurchlauf zeigen, die Map, so, das war auf jeden Fall mit der Map Vorstellung, wir sehen uns dann in Instance bei der dritten, kommen wir auch schon zu der Top 3, Top 3, Top 3 ist auf jeden Fall die Ruinen, wie gehen da jetzt auf ganz entspannt rein, starten wir das Game, so, Game gestartet, hier seht ihr, Mörderwaffe ist die Shark Dampster Pistole, Schlüssel ist der Revolver, da sind, äh, Kisten, die könnt ihr dann durchsuchen, und dann müsst ihr halt spamen, 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 ihr kennt, ihr kennt das Spiel, ihr kennt das Spiel, die könnt ihr halt wieder, ich zeige euch jetzt mal die Map wieder im Schnelldurchlauf, das war es auf jeden Fall mit der Top 3, wir gehen direkt zu Top 2 rüber, Top 2 ist auf jeden Fall City Murder, weil ich die Map richtig cool finde für Mörderzocken, darum ist sie bei mir auf der Top 2, ich habe mich sehr im Internet schlau gemacht, und die Top 5 besten Mörder-Maps eigentlich rausrecherchiert, hier könnt ihr wieder Kisten auch machen und switchen, ich kenne das ganze Spiel, und Mörder-Maffe ist die Kampf-Shotgun, wie ihr hier sehen könnt, die Kampf-Shotgun ist die Mörder-Waffe, und Schlüssel ist die Desert Degi, so, ich zeige euch die Map wieder wie immer im Schnelldurchlauf, das war jetzt auf jeden Fall wieder der Schnelldurchlauf, und wir sehen uns sofort bei Top 1, vertraut mir, Top 1 ist die geilste Map, hier sind wir jetzt auch schon wieder bei der Top 1 angekommen, Top 1 ist richtig, richtig krass, die hat sogar im Gegensatz zu dem anderen ein Bild, die ist wirklich mega, absolut mein Favorit, darum ist sie auch auf Platz 1, ihr werdet sie selber sehen, ich zeige euch die jetzt richtig geil in einer geilen Schnellmontage, ihr spawnt erstmal hier, hier müsst ihr dann runter, das sind die Lamas, die öffne ich jetzt mal schnell, okay, die kann man anscheinend nicht so öffnen, ja moin, so, die öffnen ich jetzt einfach, baum, und ihr könnt schon wieder switchen, so, dann könnt ihr hier reingehen, ich zähle euch die ganze Hälfte jetzt wieder im Schnelldurchlauf, hier seht ihr die Zeit, wie lange der Mörder Zeit hat, so Jungs, falls euch das Video gefallen hat, würde ich euch auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, falls ihr Bock habt, mit denen auf Mörder zu hocken, schreibt in die Comments, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr öfters für euch Maps raussuchen sollen, von anderen Spielmodi können wir das auch machen, ich würde sagen, haut rein, euer Waypex von den Kindergarten Bros, morgen Daily Videos, abonniert und ciao. Euer Waypex von den Kindergarten